Oh, guckt mal Leute, wie viel Leckerlis für euch, wie viel. Boah, ihr werdet ja dick und rund. Boah. Boah. Ja, um die werdet ihr euch bestimmt prügeln. Das, oh, so tolle. Das ist ja cool. Und guckt mal, noch ganz viele Riesenknochen für euch hier. Ganz viele sogar, ist ja Wahnsinn. Boah, muss mal ein bisschen Platz hier machen, ist ja irre. Boah, guck mal hier. Ja. Was haben wir denn hier? Sherlock Holmes. Ein Krimi. Und schön groß geschrieben, kann ich wunderbar lesen, ich blinde Nuss. Ah, cool. Dankeschön. Oh, du heiliges Blechle. Guck mal hier. Boah, noch ganz viele Bierhefe, ist ja geil. Ich bin von den Dingern ja sowas von begeistert. Auch seit der Bruno die nimmt. Ich meine, die kriegen die ja alle. Die kriegen richtig schönes Fell davon, ganz weich. Und der Bruno, der hat am Anfang immer richtige so Filzplatten gekriegt. Ganz schnell. Die konnte man wegmachen, rausschneiden. In der Woche war der wieder voll mit Filzplatten. Seit er die Bierhefedinger futtert, ist das Fell viel weicher. Da habe ich alle drei, vier Monate mal ein Knötchen. Ey, der hat super Fell gekriegt. Cool. Und für die Frieda natürlich auch. Mein Tofu, mein Lieblings Tofu. Mein Tofu, Tofu. Hier, geräuchert, geräuchert ist so super. Das ist ganz super aufs Brot und aufs Salat. Oh, danke. Ich freue mich.